Vancouver mit der 81, 2020 geborener Wallach von Verdi, Lordanus Landor S. Aus der Zucht und dem Besitz von Thomas Faut aus Bückeburg. Vancouver ist ein vierjähriger Sportaspirant mit beeindrucksvoller Manier am Sprung aus dem Züchterhause Thomas Faut. Er zeigt sich im Parcours mit einer Top-Einstellung, ausbalanciert und hervorzuhebender Rittigkeit. Die Vollschwester seiner Mutter ist das erfolgreiche Springpferd Lady La Vie. Sie ist unter Franziska Hillmann im Parcours springsportlich hocherfolgreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020